Der Melectronix M-Tip – Technik einfach erklärt Willkommen in Melectronix Zürich City. Ich bin Dani Etzer und zeige in diesem Video alles Wichtige zum Zerkleinerer Moulinex Fresh Express. Diese Maschine ist vielseitig und einfach zu bedienen. Sie hat die 5 Einsätze, damit man zum Beispiel Zibbeln, Rüeble, Käse, Rande oder Gurken schneiden kann. Diese Einsätze können mit einfachen Handgriffen reinten und entnommen werden. Natürlich kann man es auch problemlos reinigen. Ausserdem lassen sich die Einsätze direkt im Gerät verstauen, sodass sie nicht verloren gehen und Platz gespart wird. Der Fresh Express hat einen leistungsstarken 260 Watt Motor und einen Turbomodus, damit man auch harte Zutaten wie Peperoni oder Blumenkohl einfach zerkleinern kann. Zudem müssen die Zutaten nicht vorgeschnitten werden, weil der Einfüllschacht breit genug ist und durch das Direkt-Serviersystem landet es gerade auf dem Teller. Jetzt nochmal die wichtigsten Punkte. Der Moulinex Fresh Express Max ist vielseitig mit 5 Einsätzen, ist leistungsstark, mit Turbomodus und er ist sehr einfach zu bedienen. Wer sich persönlich von diesem Gerät überzeugen möchte, begrüssen wir herzlich in einer von unseren Melectronics Filialen. Wir freuen uns und ich danke fürs Zuhören. Das Beste der Welt für mich ist Melectronics.